Die Garage Daniel Marti AG in Litau steht für langjährige Erfahrung mit der japanischen Qualitätsmarke Mazda. In unserem Ausstellungsraum finden Sie für jeden Lebensabschnitt das passende Fahrzeug für sich. Wir beraten Sie gerne. Mit Ihrem einzigartigen Design Kodo und der Skyactiv-Technologie geht Mazda neue und innovative Wege. Wir beraten und betreuen Sie kompetent und achten auf ein absolut faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser ganzheitliches Dienstleistungspaket beinhaltet unter anderem den Verkauf von Neu- und Okkasionsfahrzeugen sowie Karosserie-Reparaturen inklusive der kompletten Abwicklung mit den Beteiligten und der Versicherung. Wow, so lässig das Karri! Bei uns sind alle Automarken für den Unterhalt und die Reparatur willkommen. Unsere moderne Werkstatt ist bestens gerüstet für anspruchsvolle Arbeiten. In der Direktannahme besprechen wir mit Ihnen die nötigen Arbeiten und Maßnahmen direkt am Fahrzeug. Sollten Sie ein Ersatzfahrzeug brauchen, stellen wir es Ihnen gerne zur Verfügung, denn Ihre Mobilität ist uns wichtig. Und wenn Sie mal eine Panne haben, wir lassen Sie sicher nicht im Regen stehen. In unserem fachmännisch geführten Reifenaufbewahrungshotel können Sie Ihre Sommer- und Winterreifen temperaturgerecht einlagern. Ob Waschen, Lackveredelung oder Innenreinigung, bei uns geschieht alles komplett von Hand. Denn die Pflege Ihres Fahrzeuges mit Respekt ist unser wichtigstes Ziel. Nur wenn Sie sich bei uns wohlfühlen, sind wir voll und ganz zufrieden. Yeah!